Ich möchte Leipzig liest ganz herzlich gratulieren. Das ist nämlich eine außergewöhnlich schöne Veranstaltung seit 20 Jahren. Wenn man da ist, hat man den Eindruck, jeder Leipziger, jede Leipzigerin hat nichts Schöneres, nichts Wichtigeres zu tun, als zu lesen und zu Lesungen zu gehen. Eine ganz besondere Atmosphäre, eine ganz große Nähe zwischen Autor und Publikum und von daher etwas Einmaliges, was es in anderen Städten in dieser Form und in dieser Atmosphäre und in dieser Intensität ganz bestimmt nicht gibt. Also herzlichen Glückwunsch!